0-1 zu 0 Niederlage heute in Graz, sehr, sehr bitter. Wie hast du das Tor erlebt? Ja, es war jetzt ein Spiel mit wenigen Chancen, finde ich. Also, ja, gefühlt sind wir halt gut geschont. Der Gegner hat nicht viele Chancen gehabt und wir kriegen dann leider ein bitteres Tor, aber im Endeffekt war es halt ein bisschen zu wenig wahrscheinlich. Was muss man am Mittwoch jetzt besser machen, dann gegen Sturm? Ja, wir müssen selber wieder mutiger auftreten. Wir wollen das Spiel kontrollieren und genauso müssen wir reingehen und dann wird am Mittwoch sicher was möglich sein. Kersche, ganz bitter in Niederlage heute hier in Graz. Wie beurteilst du es jetzt nach dem Spiel? Ja, eine ausgeglichene Partie, würde ich mal sagen, über 90 Minuten. Wenig Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, gegen den Ball haben wir es richtig gut gemacht, haben sehr, sehr wenig zulassen. Ja, mit Ball, Ausbaufähigkeiten, die Räume, die man gekriegt hat, die Umschaltmöglichkeiten, was man gekriegt hat, was eigentlich richtig gut waren, haben wir nicht präzise und nicht gut fertig gespielt heute. Dementsprechend ausgeglichene Partie mit einem sehr, sehr bitteren Ende natürlich. Wie gut konntet ihr jetzt schon den Niki Hedl aufmuntern? Ja, den fangen wir natürlich auf, aber ich glaube, das brauchen wir bei ihm gar nicht. Er ist ein Typ, dem das auch nichts macht. Dem haben Fehler gehören zum Spiel dazu. Das ist eh allen bewusst und der hat uns schon so viele Punkte gerettet und muss mir immer zugestehen. Ja, das ist eh allen. Vielen Dank.